Wir freuen uns seitens Kaspersky hier wieder hier sein zu dürfen bei der ASX in München, so wie in den Vorjahren auch. Wir finden hier immer wieder gute Gesprächspartner auf Unternehmensseite und die meisten werden Kaspersky kennen. Wir unterstützen bei der zunehmenden Bedrohungslage mit unseren Produkten und Services und tauschen uns dazu mit Kunden aus, wie wir hier unterstützen können und tun das sowohl durch Security-Lösungen als auch durch Weitergabe unseres Wissens, also die Threat Intelligence-Erkenntnisse, beispielsweise in Form von Data-Feeds. Also Unternehmen können in sehr unterschiedlicher Weise von unseren Erkenntnissen, die wir weltweit sammeln und mit viel Recherchearbeit auch im Hintergrund eben aufwerten, profitieren.